Und da sind wir auch wieder zurück bei Trailer's Rest. Herzlich willkommen zum Staffelfinale bzw. zum Let's Play Finale. Ich habe mir überlegt, pass auf, wir machen das anders. Bevor wir jetzt jedes Let's Play, bzw. jedes Langzeit-Let's Play, bevor wir da wirklich überall pausiert, pausiert, pausiert machen, wird die 100. Folge hier erstmal das Ende sein. Wir haben das ja bei Norman's Sky so gemacht, dass wir da erstmal gesagt haben, okay, pass auf, wir pausieren das Ganze erstmal, weil wir irgendwann, wenn wir mal wieder Zeit haben, wenn wir mal wieder Bock haben oder wie auch immer, das wird hier bei Trailer's Rest auch so sein, dass wir dann einfach mal sagen, okay, pass auf, wir schauen wieder rein. Und, warte mal, was wollte ich jetzt machen? Ich habe gar nicht mehr so viel. Ich mache mal ein bisschen Brot. Mit auch Updates und so weiter und so fort, dass wir da dann einfach anschließen. Deswegen wird es wirklich erstmal ein Ende sein, aber halt kein definitives. Weißt du, wie ich meine? Je nachdem. Also ich würde das, ich glaube, ich mache das so, mir ist das gerade in den Sinn gekommen. Wir sind ja mehr oder weniger auch ein bisschen auf Twitch noch unterwegs, ne? Also wer da noch nicht reingeschaut hat, macht es gefälligst! Nein, Spaß. Macht es gerne, dann wären wir da dementsprechend, wenn wir da mal Zeit haben, warte mal, bevor ich irgendwas mache, gucke ich mal wegen der Quest. Wenn mal irgendwas rauskommt, könnte man da dann nochmal einen Stream zu machen. Ah, Viersich und Viersich. Wie auch immer, ne? So, Viersich haben wir da. Und das dann dementsprechend hochladen, ne? Ah, irgendwie, irgendwie werden wir das schon machen. Irgendwie werden wir das schon machen. Ähm, ich meine im Endeffekt liegt es dann halt an mir, wenn ich dann halt dann noch Bock habe oder nicht, ne? Ich möchte auf jeden Fall, wenn hier Updates rauskommen, auf jeden Fall nochmal reinschauen, ob das dann wieder wirklich mehrere Folgen werden, also 100 Folgen wahrscheinlich eher nicht, aber so, dass man so irgendwie 5, 10, 5 oder 10 Folgen aufnimmt, dass man einfach mal schaut, ne? Das kriegen wir irgendwie hin. So, wie sieht es hier aus? Wilder Truthahn. Das müsste man hinbekommen, das nehme ich direkt mal mit. Ähm, dann, ich muss erstmal wieder reinkommen. Wieder ein bisschen ein paar Tage her, dass ich hier drin war. Aber momentan ist halt viel, viel, viel Arbeit, ne? Also was heißt viel Arbeit, aber, beziehungsweise man ist immer so spitz zu Hause, weil momentan, also was heißt momentan, aber, ähm, du weißt ja, Deutsche Bahn und so, ne? Und nicht nur unbedingt Deutsche Bahn, sondern wirklich allgemein auch Bus und hier hast du nicht gesehen. Es ist einfach nur noch ein Graus. Es ist einfach nur noch ein Graus. Wenn du wirklich dann, ne, du hast 16 Uhr Feierabend, bist zwei Stunden unterwegs, bist dann jetzt 18 Uhr zu Hause. Ist ein bisschen blöd, ne? Huch, warum ist denn da noch Essen übrig? Hm, okay. Hatten wir hier wieder Schlachterino oder wie? Ich weiß das gar nicht mehr. Oh, guck mal, da können wir auch noch mal Milch mitnehmen, sehr schön. Ähm, ich weiß es gar nicht mehr. Ne, und dann bist du, dann bist du 10 von 16, 16, okay, die brauchen alles noch ein bisschen. Ähm, dann bist du halt so spät zu Hause. Ähm, und da hast du dann wirklich keine Lust mehr, dann irgendwie noch was aufzunehmen. Ähm, ne, weil du einfach durch bist. Du bist einfach durch. Und deswegen, das ist halt so momentan ein bisschen das... Und was heißt Problem, ne? Was heißt da Problem? Ich mach mir da wirklich keinen Stress. Dass ich muss da wirklich vom Dampfer wegkommen, dass ich mir da wirklich Stress mache, ne? Wir haben ja vorher gesagt, ich mach mir da sowieso keinen Stress. Aber irgendwie, wenn man einmal im Game drin ist, weißt du... Einmal im YouTube-Game, dann kommst du da so schnell nicht mehr raus. Ja. Ich mach mal die Bar auf, ne? Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Ich hab jetzt gar nicht mehr nach Tee und so geschaut, aber ich mach's jetzt einfach mal. Ähm, und wir müssten ja jetzt eigentlich... Warte mal, das möchte ich gleich noch mal schauen. Ich hoffe, ich muss hier jetzt nichts gießen, sondern kann einfach nur den Tee hier mitnehmen. Ähm, wie es eigentlich mit dem Kalender jetzt aussieht. Wir haben den 27. Morgen müsste der letzte Tag von diesem Monat sein. Dann bin ich mal gespannt. Morgen wird wahrscheinlich immer noch Winter sein. Aber dann bin ich übermorgen mal gespannt, ob sich das dann hier wechselt. Ob dann der Frühling einbricht. Frühling. Ne? Ob der Frühling einbricht. Das würde mich echt interessieren. Weil da, ja... Ne? Wissen wir ja auch noch nicht, ob das jetzt wirklich Real-Time ist oder wie auch immer. Wovon ich mal nicht ausgehe. Ich muss die ganze Zeit aufstoßen. Ausstoßen. Was ist denn da los? So. Und mehr oder minder muss man jetzt auch wirklich sagen, wir haben hier jetzt... Auch in Trailer's Rest haben wir alles soweit erreicht, was man erreichen konnte. Ne? Das ist momentan wirklich nur noch... Ja, es ist momentan wirklich nur noch verdienen und ausbauen. Mehr ist es ja momentan nicht. Klar, man könnte das noch alles ein bisschen schöner gestalten. Hier, Pipapo, hast du nicht gesehen. Mit dem Weg unten weiß ich noch nicht. Das ist mir echt zu doof, da irgendwie einen Weg rein zu pflastern. Oder da muss ich gleich nochmal schauen. Hier komme ich gar nicht mehr raus, ne? Ne. Hier komme ich gar nicht mehr raus. Da müsste ich jetzt mal schau hin. Schau hin, schau hin, schau hin. Wie wollte ich das denn nochmal machen? Hier irgendwie so... Wir machen das einfach mal. Komm. Wir haben sowieso gerade nichts zu tun. Samstag hat sie zu. Da können wir uns sowieso kein neues Tier holen. Ich nehme nochmal die Kohle mit. Und hier nehme ich die auch mal weg hier, ne? Und dann könnte man so langsam... Weil in Starfield müsste ich auch mal wieder reinschauen. Da bin ich fast auch am überlegen, ob ich da noch eine Folge aufnehme. Ich glaube, Mainquest haben wir soweit durch. Ich weiß es gar nicht mehr. Dass man da dann auch sagt, okay, pass auf. Es wird Zeit für was Neues. Ne? Weil ich weiß es nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir da irgendwann mal mit den Artefakten zu Ende waren. Und jetzt ist es halt wirklich nur noch... Oder momentan nur... Dings... Ach, 10 brauchen wir dafür. What the fuck? Okay. Momentan ist es halt wirklich nur noch Nebenqueste, ne? Und ich weiß noch, wo die Vergangenheit schon gesagt hat, Ja, wir spielen das bis wir gar keinen Bock mehr, bis wir alles fertig haben. Und hier... Ja. Ich würde mich dann... Normalerweise würde ich ja Minecraft nehmen für solche Gespräche, muss ich ja wirklich sagen. Ich hatte auch überlegt, Minecraft so, damit wir wieder ein bisschen Minecraft auf dem Channel haben, Weil Minecraft... Ah, ich kann ohne Minecraft nicht. So eine Adventure-Map mäßig, so eine Escape-Room mäßig... Okay, 65 sollte reichen, ne? Jetzt haben wir 78. Das soll... Das... Ich glaube, das reicht erst mal. Das war ein bisschen Minecraft, weil bald startet ja das Projekt. Da bin ich sowieso mal gespannt, wie das wird. Und im Endeffekt, wie lange das laufen wird, das... Huch, wo kommt die ganze Sache her? Das weiß man natürlich dann auch nicht. Oh, wir sind voll. Ähm, warte mal. Was hatten wir nochmal? Steak, wilder Trutan, ne? Den können wir doch mal eben machen. Steak mit dem wilden Trutan. So, ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich unten schon irgendwas drin hatte. In den... In den Fässern. Äh, haben wir... Ah, wir haben keinen wilden Trutan mehr. Okay. Pass auf, ich lass das erst mal... Ich lass das erst mal auf Durchzug jetzt gerade. Ich lass ihn mal gerade eben kalt. Gott sei Dank hab ich den Weinbrand gemacht. Huch! Wir hatten schon Weinbrand. Nein! Ich Idiot. Egal, dann können wir noch ein bisschen was verkaufen. War hier gar nichts mehr drin? Warte mal, hier müsste noch was durchgelaufen sein, oder? Nö. Ach, krass. Haben wir gar nichts mehr hier drin, oder was? So, hier haben wir gewartet. Hier warten wir noch, ne? Der müsste gleich fertig sein. Dann könnten wir den schon mal abgeben. Dann lass uns mal nach oben gehen. Schauen wegen wilden Trutan. Ob wir da den einen oder anderen finden. Ist die Katze gerade nach oben gelaufen? Hab ich das richtig gesehen? Ist die Katze nicht gerade hier nach oben gelaufen? Und hier wollten wir ja eigentlich auch noch... Ja, wir wollten eigentlich noch... Das eine oder andere wollten wir noch mal, ne? Ja, 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 ja. Die Frage ist halt... Wenn wir die Bar jetzt noch weiter ausbauen... Ich weiß halt nicht, ob die Mitarbeiter dann überhaupt noch hinterher kommen. Ne? Das weiß ich nicht. Da müsste man echt schauen. Sollen wir da noch mal nach oben gehen? Oder wenn wir überhaupt noch, äh... Schauen können. Ne? Je nachdem, wie weit wir dann sind. Weil wir haben... Wir haben momentan alles, ne? Und was ich sagen wollte... Ähm... Eigentlich hatte ich dann überlegt... Damit ich mir ein bisschen... Ah, da ist auch schon einer. Damit ich mir ein bisschen mehr Zeit nehmen kann... Auch für die Spiele... Ähm... Ich hab ja noch... Ich hab ja noch so viele Spiele, die ich gerne spielen möchte. Ähm... Und auch so viele Indie-Sachen. Dass ich wirklich sage... Okay, pass auf... Ein Langzeit-Let's Play. Ne? Weil ich wollte ja eigentlich erst zwei machen. Mein Traveler's Rest. Hunderte Folge. Wir müssen... Wir müssen halt... Ich muss halt minimal... Ich muss halt minimalisieren, ne? Ich muss halt minimalisieren. Ich würde jetzt auch hier noch tausend... Tausend Folgen lang spielen. Genau wie Minecraft. Ähm... Da kommt ja auch bald wieder was. Ähm... Aber dass man wirklich sagt... Ein Langzeit-Let's Play wäre dann bis dato... Starfield. Obwohl... Wenn wir jetzt sagen... Alles, was über 100 Folgen ist, ist Luxus... Müsste Starfield eigentlich eine Folge... Beziehungsweise würde ich bis 130 vielleicht machen. Und da dann auch erst mal... Einen Cut machen. Obwohl ich das natürlich... Oh, ich möchte das natürlich so... Mann... Das ist alles blöd. Das ist alles so blöd. Wirklich. Warum kann ich nicht... Viel Zeit haben? Mann! Das nervt. Aber irgendwie kriegen wir das hin. Dann müssen wir das wirklich machen. Ein Langzeit-Let's Play. Ähm... Da werden wir Travellers... Ich warte dann erst mal, bis wir Travellers Rest durchhaben. Bis wir Starfield durchhaben. Ähm... In der Zeit kann ich ja noch mal so andere... Let's Plays aufnehmen. Aufnehmen. Let's Plays aufnäumen. Ähm... Da müsste ich dann mal schauen. Warte mal. Wie wollte ich das denn jetzt machen? Hier geht ja nicht, ne? Ne. Stimmt. Ich wollte dann hier lang machen, ne? Ja. Ich mach erst mal so, ja? Wir schauen uns das erst mal an. Weil ich würde natürlich auch hier gerne Zaun und so hin machen. Zumindest hier unten oder irgendwie so. Die Frage ist natürlich, ob wir hier durchkommen. Hier geht's natürlich wieder nicht. Weil jetzt der Kack da im Weg ist. Aber wir brauchen auf jeden Fall hier... ein... Das geht nicht, oder was? Das find ich auch so blöd, dass man das hier nicht platzieren kann. Äh... Ich... Nein! So. Und natürlich... Ja, und das passt nicht. Ach, leck mich doch. Ach, leck mich doch. Wenn ich das vielleicht... Ne, ich kann das überhaupt gar nicht, ne? Das ist dann hier wirklich... Ach, das ist so nervig. Wirklich. Das ist so nervig. Also manche Sachen sind hier echt nervig, ne? Das muss man wirklich sagen. Ähm... Ich würde mir hier einiges an Änderungen wünschen. Allein auch diese Dinger... Ähm... Die sind ja schön und gut. Aber dass man die vielleicht weg macht, weißt du? Und dann außerhalb... Dass man dann außerhalb die Sachen einfach holt. Und hier halt einfach genug Platz hat zum Bauen. Ne? Weil das ist ja echt Käse so. Und mit der Mietszimmertür auch. Dass man die verschieben kann. Weißt du? Das sind so alles Kleinigkeiten, die ich mir halt für mich persönlich wünsche. Um das Leben einfach... Einfacher zu machen. Ja, und hier müssten wir halt einen Cut machen, weil wir hier nicht weiterkommen. Oder einmal hier rum. Aber das macht keinen Sinn. Gut. Und dann hätten wir das soweit fertig. Mehr oder weniger. Ja, das ist äh... Zumal wir müssten das hier sowieso weg machen. Weil... Zaun haben wir zufälligerweise jetzt nicht dabei. Hallo? I? I? Na, sag mal. Ich glaube ich brauche eine neue Tastatur. Oder beziehungsweise ich sollte meine Tastatur mal sauber machen. Die ist ja auch jetzt schon sehr sehr lange in Benutzung. Normalerweise mache ich die auch öfters mal sauber. Aber... Ja. Dann hast du wieder die Sachen im Kopf. Dann hast du wieder die Sachen im Kopf. Und dann... Ja. Ne? Das ist alles immer so ein bisschen... Nee. Gut. Wir können auf jeden Fall... Wir müssten vielleicht nochmal einen investieren. Weil guck dir das mal hier an. Vielleicht nochmal einen Wischmob. Im magischen... Ich frage einfach nicht, was die Katze dort macht. Ich... Ich... Ich frage einfach nicht. So, wilder Trutan. Sehr schön. Äh... Und dann hier... Ich würde tatsächlich den Tee durchjagen. Ja, komm. Mach einfach, ne? Dann haben wir da erstmal genug Tee. Ne? Wir müssen natürlich auch ein bisschen Vorrat... Also müssen wir nicht, aber... Ne? So, ich müsste gleich mal wieder meine Tasche ein bisschen entleeren. So, ich mach mal hier Weizenwürze. Und hier mach ich auch nochmal Weizenwürze. Ne Rotwein. Dann mach ich hier mal einen Weizenferment. So, zack. Ich weiß gar nicht mehr, wo was drin war. Deswegen... Ich weiß, das kommt in einer anderen Kiste. Egal. Komm, ich schmeiß jetzt einfach hier rein. Komm. Aschlecken. Es macht eigentlich sowieso keinen Sinn, diese Kisten so zu... Äh... Zu sortieren. Da er ja... Angeblich überall drauf zugreifen kann. Ne? Angeblich. Aber haben wir ja beim Honig gesehen, ne? Wie das funktioniert hat. Ich frage mich bis heute noch, warum er den nicht gegriffen hat. Oder allgemein hier mal ein paar Hotfixes, ne? Das wäre natürlich auch mal schön. Das wäre natürlich auch mal schön. Gut. Dann müsste der eine, glaube ich, durch sein. Dann können wir den schon mal abgeben. Jo, is er? Ja, damit. Komm, ich packe dich einfach mal da rein. Arschlecken. Ähm... Dann können wir den schon mal abgeben. Ich mach schon mal hier das Feuer an. Ne? Dann braucht er sich gleich nicht darum kümmern. Wenn wir jetzt eh schon da sind. Und dann einmal hier. Zack. Modifikatoren saftig. Ja, saftig weiß ich immer noch nicht, ne? Wir können es mal eh mit reinnehmen. Aber ich weiß immer noch nicht... Winter. Hier kann ich aber nicht nachschauen, ne? Hier kann ich nicht gucken. Nächster Trend. Äh... Ja, ja, ja. Das mit dem Trend ist natürlich auch, äh... Ja. Personal. Mehr haben wir hier nicht. Oh, Katze wird gesucht. Mehr haben wir hier nicht. So, pass auf. Hier können wir aber keine, ne? Ah, ich dachte schon kurz, ich könnte hier Steinwege machen. Hier könnte ich nochmal einen rausgehen, aber es sieht ein bisschen blöd aus. Äh... Garde. Gut. Ich würde mir vielleicht auch ein bisschen andere Wege wünschen. Außer nur Stein. Ne? Ja, so Kleinigkeiten sind es halt bei mir, ne? So Kleinigkeiten wünsche ich mir halt einfach nur. So, wie weit sind denn hier überhaupt? Da haben wir noch zwei Platz. Zwei von sieben, zwei von sieben. Die sind frisch eingezogen. Okay. Oben hatten wir jetzt die Sachen mitgenommen, die Ärzte, ne? Ja, genau. Ähm... Ich bin gerade am überlegen, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Was ich machen wollte. Genau, hier haben wir noch Eisenbarren. Nicht genügend Brennstoff. Gut. Hier, zack, 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 zack. Und hier. Nein, rein damit. Könnte ich theoretisch auch mal wieder hier reinschmeißen. Unser ganzes Eisengedöns. Mal sortieren. Ja, guck mal, wir haben... Ja, wir sind... Wir leben im Überfluss momentan, ne? Momentan leben wir echt im Überfluss. Deswegen. Wir haben alles erreicht. Wir haben alles erreicht? Was... Ich würde mir halt noch... Ich würde halt nur noch interessieren mit dem Monat, ne? Ob dann halt... Okay. Mit dem Monat, ob da, ähm... Das wirklich jetzt überspringt. Ne? Oder... Ja, wie auch immer. Man weiß es ja nicht. So, Tasse T, Tasse T. Hier, Tasse T. Ich glaube, für die Tasse T... Ah, siehste, da nimmt er nämlich hier noch einen Eimer Wasser. Aha. Gut. Ah, dass ich nicht einfach hier direkt draufdrücken kann, weißt du? Das wäre auch so schön. Weißt du, dass du sagst, okay, pass auf. Ich habe drei Öfen. Ich möchte da nur T machen. Dass man da einfach nur klicken braucht, weißt du? Und der zieht das direkt aus den Kisten raus. Das wäre auch schön. Es sind so Kleinigkeiten. Ja, ich sag mal so, es hat ja noch viel Potenzial. Was ist denn hier los? Entschuldigung. Ah, da ist er wieder. Okay. Weilig! Okay. So, das hätten wir auch. Genau, Mundi, wir können saftig. Da wollte ich doch gar mal schauen. Oh, wir haben wieder 500 Dinger. Dann würde ich mal sagen, erhöht den Preis. Oder Geschwindigkeit beim Saubermachen. Den Obst und Gemüse gerichtet in Zukunft erhöht den Preis 10%. Beziehungsweise von 10 auf 12. Oder halt... Ich mache mal hier Saubermachen. Komm. Ja, theoretisch. Wir sind hier sowieso auch am Ende, ne? Ja. Ich denke mal nicht, dass es noch weiter geht. Äh. Und hier Soziales, bald verfügbar, bald verfügbar. Ich weiß nicht, was bei denen bald ist. Und hier ein paar Aufgaben würde ich mir auch wieder ein paar bisschen wünschen. Weißt du, dass man da auch wieder ein bisschen mehr RP bekommt. Ähm, XP, RP. Dass man da ein bisschen RP bekommt. So, zack, zack, zack. Ne, solche Sachen halt. Wie ich schon sagte, mit dem, mit dem, äh... Mit den Leuten, die da sitzen. So ein paar Nebenquests. Weißt du, dass man da auch nochmal XP bekommt. Oder was auch immer. So, gebratener Fisch. Wir brauchen rohen Fisch. Aber sonst könnten wir da theoretisch... Gut. Ich hau nochmal den Tee durch. Ähm. Dann bestell ich nochmal rohen Fisch. Nein. Nein. Bestell ich nochmal rohen Fisch. Ah, generell kann ich mal eben nochmal einen Shop gucken. Ob wir Karotten oder sowas haben. Wo ich das gerade gesehen hab, mit dem Fleischeintopf. Ähm, allgemein. Wir haben ja jetzt, wie viel haben wir denn? 66. Ja, mein lieber Herr Gesangsverein. So, Weizenmalz, Weizenmalz, Weizenmalz. Weizenwürze. Weizenwürze. Was? Brennereihefe. Okay. Brennereihefe. Roher Fisch brauchen wir mal wieder. Da könnten wir vielleicht jetzt auch mal ein bisschen... Nächste Neuartikel sind im Briefkasten verfügbar. Tontopf. Warte mal, sind im Briefkasten verfügbar? Sind die schon drin oder was? Wie Tontopf. Nein. Ach, das hasse ich auch. Das hasse ich auch. Mann. Ach ja, unsere... Ah. Okay, das sind aber unsere Sachen, die wir gekauft haben. Gut, die nehme ich mal raus. Die muss ich morgen mal, ne? Würde ich die gerne dingsen. Okay, braun. Wir brauchen auf jeden Fall Brennereihefe. Ich würde hier gerne auch mal oder gedrückt halten, weißt du, dass der hoch geht. Du musst hier jedes Mal einzeln drücken. Das ist auch so nervig. Auch wieder so eine Kleinigkeit. Erdnüsse. Erdnüsse. Zutat Schreide. Zutat Frucht. Zutat Gemüse. Zutat Nüsse. Zutat Frucht. Zutat Gemüse Zutat Gemüse Zutat Nüsse Zutat Zutat Was stand da? Beginne die Gärung Zutat Honig Zutat Frucht Aber wir haben hier nichts Saftiges, ne? Zutat Frucht Zutat Zutat Nüsse Frucht Zutat Hülsenfrüchte Passt zu allem Passt zu allem Zitronenbaumsetzling Oh, Skyrim Musik Oh, wie schön Anbaubar wären Frühling und Sommer Oh, wenn ich gerade die Minecraft Musik Die, ähm, ich kauf das mal, ne? Die Skyrim Musik Ich hab gerade wieder Bock auf Minecraft Oh, ich hab gerade wieder so Bock auf Minecraft Scheiße Oh Auf Skyrim natürlich auch, aber Ne, das hören wir ja öfters bei uns Im Minecraft Let's Play Haben wir uns ja öfters gehört Och, Mann, ey Ja, das blöde Projekt Nein, blöde ist es nicht Blöde ist es nicht Ähm, aber ich vermisse Minecraft Oh Ja, ich nehme das mit der Escape Rooms auf, da Also, ihr werdet schon sehen Was da Werdet schon sehen Ne, so Taste T, Taste T, Taste T Äh, da müssen wir sowieso jetzt warten Pass auf Ich mach jetzt mal zu Weil dann würde ich nämlich Ich schau mal eben hier Aber da wird noch nichts durchgelaufen sein Ne, der ist ja gerade Der ist ja noch gerade am Anfang Alles easy Ähm, dann vielleicht hier nochmal Das ein oder andere Bildchen hier ran Ne Den einen oder anderen Du willst mich verarschen Wir machen gerade zu Und du willst Pause machen Es ist Äh, ja, ich frage einfach nicht So Wo können wir den denn am besten mal hinstellen Ja, hier macht das Das macht hier überhaupt Ja, hier wär gut, ne Hm Ach, den kann ich auch da vorstellen Aber dann ist das hier Warte mal Dann muss ich das aber ein bisschen so, ne So Ähm Dann haben wir die Sachen im Inventar noch Schauen wir mal, wie groß denn das Bildchen ist Ach, guck mal Da können wir den Stil auch sogar ändern Oh Ich nehm das glaube ich mal mit dem Mit dem Turm hier Warte mal Dann mach ich das mal so 231, okay Ähm Da würde ich gerne das eine Das ist ja so längs Ja, hoffentlich passt das da hin Jo Was haben wir denn Irgendein So ein Uhrmoppet Drehen Achso Ist das von Super Mario Okay Ah, guck mal Der Schrei von Dings, ne Ich will nichts Falsches sagen Ich nehm mal hier das Mario Ding, ne So Die Röhre Das Mario Ding Die Röhre So Was haben wir hier Okay Oh, das wäre natürlich auch schön für ein Zimmer, ne Warte mal Essen Können wir das vielleicht hier hin machen Hier ganz oben, weißt du Da macht das Macht das natürlich sehr, sehr viel Sinn Obwohl Macht ja auch eigentlich sehr viel Sinn Dann haben wir noch so eins Und das ist dasselbe Warte mal Das ist selber Haben wir zweimal das Ah ne Das hat einen anderen Rahmen Ach, schau mal Das hat einen anderen Rahmen Ähm Ja, irgendwie sieht das hier auch noch ganz komisch aus, ne Das Ding ist halt Könnte ich Das kann ich einen nach vorne machen Aber dann haben wir das da hinten nicht mehr dran Weißt du, wie ich meine Egal, dann machen wir es einfach so Ne Ein bisschen hier umdekorieren So, zack Und das Pflänzchen, das kann ja ruhig dahin, ne Der kommt ja hier sowieso da noch rein Obwohl, theoretisch müsste der ja dann hier stehen Und die Pflanze müsste theoretisch hier stehen Dann sieht das aber wieder kacke aus So So Jo Dann fehlt hier theoretisch noch einer Jetzt haben wir 253 Komfort Jo, jo Gefällt mir, gefällt mir Und wir haben gleich 2 Uhr Da müsste ja Ja Das Ja Komfort 88 Da müssten wir eigentlich Da, naja Eigentlich finde ich das mit den An der Wand mit den Hotelzimmerschlüsseln Oder mit den Mit den Postfächern eigentlich auch ganz geil Muss ich ganz sagen Muss ich ganz sagen Okay, hier komme ich nicht rein Gesperrt Muss ich ganz ehrlich sagen Aber gut So sieht es natürlich auch ein bisschen gut aus So sieht es natürlich auch ein bisschen gut aus Okay, reicht dann auch wieder Gut, pass auf Ich hau mal nochmal schnell den T rein Warte mal Kann ich eigentlich so machen Und dann einfach weggehen Ne, das funktioniert nicht Man muss die ganze Zeit immer bestätigen Man muss immer klicken Man kann nicht irgendwie sagen Okay, pass auf Ich mache mit Space hier Oder hier mit Hier, wie heißt es nochmal Hier Enter Enter Schmenter Okay, alles klar Dann würde ich sagen Wir sehen uns in der nächsten Folge Hau rein Dein Auge Klaus Hier, ciao mit V Tschüss Tschüss 10 2 3 3 5 5 6 4 5 10